Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Am Ende ist es doch so ein kleines Wunschvideo von euch geworden, denn ich habe euch bei YouTube in meiner Community-Seite oder auf meiner Community-Seite abstimmen lassen, worauf ihr mehr Bock habt. Auf ein Fullface mit alten Produkten, also mit keinem neuen Make-up aus meiner Sammlung oder ein Video mit komplett neuen Make-up-Produkten und da war die Abstimmung eindeutig. Ihr wart für ein Fullface-Video mit New Make-up-Produkten und das habe ich euch heute abgedreht. Dieser Look ist dabei entstanden und ich hoffe sehr, dass euch das Video am Ende gefallen wird. Da sind wirklich ein paar richtig, richtig tolle Schätzchen dabei, also nicht abschalten, bleibt unbedingt dran. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt gleich ins Video, damit es nicht allzu lange wird und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Als allererstes starte ich mit einer Foundation und da habe ich hier von L'Oreal Paris die Infallible 32 Stunden Fresh Wear Foundation mit Vitamin C und einem SPF von 25. Ich habe jetzt hier den Farbton 250. Mit so einem warmen Unterton soll das sein. Ich fand das ein bisschen schwierig anhand von Swatches mitzubestellen, weil die ist dann doch ein bisschen dunkler leider geworden. Deswegen gucke ich mal, ob sie mir vielleicht jetzt vom Farbton her passt. Ihr seht das glaube ich, die ist schon relativ dunkel und ich werde sie mir jetzt einfach mal mit einem Finger so weit auftragen. Na, ich glaube man kann das schon ganz gut erkennen, aber ich könnte sein, dass der Farbton jetzt einigermaßen passt. Bis vor ein paar Wochen war die mir leider noch zu dunkel, so dass ich sie gar nicht bis jetzt wirklich benutzen konnte. Ich hatte sie erst ein einziges Mal verwendet und da hat sie mir aber auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und die arbeite ich mir jetzt einfach hier mit meinem Pinsel so weit ein. Ich habe diesen Trick, mir die Foundation vorher so weit aufzutragen, auch auf YouTube bei irgendeinem Video einmal gesehen und habe das dann mal so für mich ausprobiert und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, als das Produkt mir auf den Pinsel zu geben und dann direkt ins Gesicht zu gehen. Ich kann das so irgendwie einigermaßen besser, ja, verteilen und habe nicht das ganze Produkt dann quasi auf einer Stelle. Das heißt, ich gehe jetzt einmal grob mit meinem Pinsel drüber und ich glaube, der Farbton sollte ja relativ gut passen. Und dann werde ich jetzt nochmal mit dem Sponge drüber gehen. Das hilft jetzt einfach nochmal das Ganze schön in die Haut einzuklopfen, einzuarbeiten, überschüssiges Produkt nochmal abzunehmen. Und dadurch soll das Ganze einfach so ein bisschen, ja, etwas ebenmäßiger aussehen und auch, ja, nicht so, nicht so aufgesetzt. So kann das Ganze halt schön verbinden mit der Haut. Ich bin sowieso eher Team wenig Foundation und deswegen Pinsel, Sponge, also alles, was unnötig ist, kann dann quasi abgetragen werden und das wirklich nur noch ein geringer Teil dann in die Haut eingearbeitet wird. Und mir gefällt die Foundation super, super gut, weil ihr seht es, die hat einen richtig tollen Glow auf der Haut. Ich habe mir gestern gerade frisch meine Augenbrauen gefärbt. Ich glaube, das sieht man ganz deutlich, wie dunkel die wieder sind. Und, ja, aber die Foundation sitzt richtig, richtig gut. Hier kann man das, glaube ich, ganz schön erkennen, wie schön das einfach aussieht auf der Haut. Ich mag das, wenn das so frisch aussieht und nicht so matt. Ja, das ist halt natürlich immer eine Geschmackssache. Aber ihr seht, ein Pumper hat super gereicht für mein komplettes Gesicht und ich mag diese Foundation richtig gerne und jetzt kann ich sie auch ganz gut wieder benutzen. Ja, einen Puder habe ich jetzt nicht. Einen neuen Concealer habe ich auch nicht in meiner Sammlung. Der kommt erst die Tage. Es gibt nämlich einen neuen Concealer von Danessa Myricks. Den habe ich mir schon bestellt. Der ist auch schon auf dem Weg, aber der ist noch nicht angekommen. Das heißt, wir überbrücken das Ganze jetzt. Und ich habe mir hier auch einen Bronzer rausgesucht. Aber das ist eben ein Puder-Bronzer. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal einfach ein bisschen die Haut abpudern, damit ich mir den dann gleich besser auftragen kann. Und wie gesagt, da habe ich leider nichts Neues. Deswegen nehme ich jetzt einfach eins aus meiner Sammlung, welches ich da habe. Und ich mag ganz gerne so diese Loose-Powder. Mag ich ein bisschen lieber als die gepressten. Und da lade ich mir so ein bisschen den Pinsel auf und gebe mir das Ganze dann einmal komplett über mein ganzes Gesicht rüber. Auch mehr so ein bisschen in drückenden Bewegungen. Also nicht so reibend wischen, sondern eher eintupfend. Und trotzdem sieht man hier immer noch schön den Glow von der Foundation. Und das Puder ist halt eher mehr so ein Fixing-Powder. Das ist jetzt nicht so ein stark abmattierendes Produkt. Deswegen benutze ich das ganz gerne, falls ihr Interesse haben solltet, welches ich da benutzt habe. Das ist von Lavera, das Invisible Finish Loose Powder. Benutze ich auch sehr gerne. So, nun kommen wir wieder zu einem neuen Produkt in meiner Sammlung. Und zwar gibt es jetzt bei Pure Rush im Online-Shop Melt Cosmetics. Da hatte ich bisher noch gar nichts von in meiner Sammlung. Und ich habe diesen Bronzer dort entdeckt und den musste ich mir unbedingt bestellen. Ich fand den so ultra spannend. Das ist der Farbton Santa Barbara. Und das ist der Ultra-Matt-Bronzer. Und ich finde das Packaging richtig, richtig schön. Der hat auch eine ganz, ganz tolle Haptik. Also der ist echt schwer, sehr hochwertig. Und so schaut der einmal aus. Den habe ich auch bisher noch gar nicht getestet. Und ich war da noch nicht mal mit dem Finger drin. Und wir haben hier oben auch nochmal einen Spiegel mit drin. Und wie gesagt, das ist die Farbe Santa Barbara. Hier steht es nochmal drauf. Und da werde ich mir jetzt mal einen fluffigen Pinsel nehmen. Und ich werde da mal so ein bisschen erstmal vorsichtig reingehen. Weil es ist ein neuer Bronzer, den ich noch nicht ausprobiert habe. Und da weiß man ja immer nicht so recht, wie ist die Pigmentierung. Ich halte den auch relativ weit hinten fest, den Pinsel. Und fahre mit einer ganz, ganz lockeren Hand. Einmal hier so über die Stellen drüber, die ich gerne gebronxt haben möchte. Und ihr seht das, da kommt schon wirklich eine schöne, ordentliche Farbe ab. Und ich gehe lieber öfters rein in den Bronzer und baue mir das Ganze auf. Aber ihr seht schon, ich glaube nochmal, brauche ich da gar nicht reingehen. Der hat echt eine tolle Farbabgabe. Und das Ganze jetzt hier auch nochmal mit einer ganz lockeren, soften, leichten Hand. Das ist echt ein richtig toller Farbton. Da habe ich mir die richtige Farbe ausgesucht. Ich glaube, den gab es in drei unterschiedlichen Tönen. Drei oder vier. Ich bin mir gerade unsicher. Und ich glaube, das war der, war das der hellste Ton oder der zweithellste Ton? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber da habe ich anhand der Swordspieler mir doch den richtigen Farbton ausgesucht. Und ich finde, der sitzt super auf der Haut. Richtig, richtig schön. Und ihr seht es auch, die Foundation, die Haut, die hat immer noch so einen schönen Glow. Also die ist überhaupt nicht matt. Obwohl ich mir das ganze Gesicht abgepudert habe, die Foundation sitzt richtig, richtig toll. Und auch der Bronzer gibt ein bisschen schöne Farbe zurück. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, Melt Cosmetics, da gibt es unterschiedliche Produkte. Jetzt bei Purish, wie gesagt, relativ neu. Und ja, das ist der Ultramatt Bronzer. Der ist übrigens, glaube ich, gerade im Sale bei Purish. Ihr müsst immer schauen. Das könnte auch gut sein. Dass ihr mit meinem Rabattcode zusätzlich nochmal 10% sparen könnt. Ich bin mir jetzt unsicher, ob der auf meiner Collection-Site ist. Müsstet ihr mal schauen. Ich kann euch das auf jeden Fall verlinken, wenn ihr da Interesse haben solltet. Und ihr auf der Suche nach einem neuen Bronzer seid und der euch gefällt. Dann könnte man den ja mal ausprobieren. So. Okay, weiter. Ich habe eine neue Lidscharm-Palette. Und zwar ist das, glaube ich, meine allererste Palette von Arbon Cosmetics. Und das ist die Gold-Palette. Und das ist die Gold-Palette. Da sind drei Farben drin. Die ist relativ dunkel. Aber ich dachte mir, man könnte hier mit diesen beiden Farben relativ gut arbeiten. Und damit vielleicht einen Liner ziehen. Mal schauen. Mal ausprobieren. Ich werde mir auf jeden Fall mein Lid ein bisschen setten. Das heißt, ich gebe mir erstmal ein bisschen Puder nochmal extra auf mein Augenlid drauf. Da habe ich jetzt hier gerade auch ein etwas helleres Puder. Einfach eins aus meiner Schublade. Und zwar nehme ich da gerade das Infallable 24 Stunden. Das ist eigentlich mehr eine Foundation. Aber ihr seht das ja, wie hell das ist auf dem Auge. Der Farbton ist mir zurzeit definitiv viel zu hell. Und die hat halt auch eine gute Haltbarkeit. Und ich probiere das jetzt einfach mal, ob das Ganze auf dem Augenlid dann auch hält. Und dann würde ich mir jetzt mal einen richtig schönen, fluffigen Pinsel nehmen. Und dann werde ich jetzt mal in den etwas helleren Ton hier reingehen. Ich habe die Palette bisher auch nur geswatcht. Noch gar nicht ausprobiert. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit die Pigmentierung ist. Oder geschweige denn, ob es Fallout gibt. Ob sie fleckig wird. Also wie gesagt, meine erste Lidschattenpalette von Avon. Aber ich war da jetzt wirklich nur ganz softe drin. Und die hat eine mega krasse Farbabgabe. Oh mein Gott. Da muss ich doch ein bisschen dichter schauen. Aber das ist ein schöner Farbton. Den trage ich mir eher, wie ihr das seht, aufs komplette Lid auf. Und ziehe mir den auch so ein bisschen in die Lidfalte. Und da brauche ich auch echt nicht nochmal reingehen. Wahnsinn. Und ich habe hier nur ein ganz kleines bisschen Kickback in meinem Fändchen. Da kann man das vielleicht sehen. Und ja. Nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Krass pigmentiert. Dabei fand ich, kam der im Swatch relativ schwach rüber, als ich die geswatcht hatte. Und auch sehr, sehr pudrig, krümelig. Aber jetzt auf dem Auge, muss ich wirklich sagen, deutlich anders. Falls ihr euch fragt, Steffi, wo hast du diese hammergeilen Nägel her? Ja. 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 Ich feiere diese Farbe so hart. Ich liebe meine Nägel gerade. Das sind Doonels, diese Gel Stripes. Die habe ich mir extra bestellt für meinen Urlaub, weil auf der Arbeit kann ich natürlich solche krassen bunten Farben nicht tragen. Und ich fand das so passend jetzt für den Sommer. Das ist, oh, wie heißt die Farbe? Ich glaube, das ist so ein Mauve, nee, Magenta. Mauve Magenta oder Magenta Mauve, keine Ahnung. Ich werde euch die auf jeden Fall in meiner Infobox verlinken, weil diese Gel Stripes, die sind erstmal super einfach im Auftrag. Die werden nur wirklich aufgeklebt, kurz abgefeilt, was übersteht, ausgehärtet und fertig. Also das ist wirklich das allerschnellste Prinzip. Und ich liebe das. Und das hält bei mir wirklich zwei Wochen. Ich trage die jetzt gerade schon eine Woche und da ist wirklich gar nichts dran. Also mega. Die kann ich euch echt empfehlen. Und da habe ich auch einen Rabattcode. Ihr könnt, ich glaube, sogar mittlerweile 20% bei Doonels sparen. Das lohnt sich. Und wie gesagt, ich habe mir die selber extra bestellt für meinen Urlaub. Ich finde die Farbe so toll und da wurde ich echt nicht enttäuscht. So, kommen wir weiter zu dem Auge-Make-up. Also ihr habt es gesehen, das war super easy. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Jetzt möchte ich mir mal das Gold auftragen. Dieses schöne Gold hier. Und ich werde es als erstes mal mit einem Lidschattenpinsel probieren. Und zwar nehme ich mir dafür mal so einen fest gebundenen. Eigentlich komme ich mit dem hier sehr gut zurecht. Der ist einer von Real Techniques. Und der sieht auf jeden Fall sehr, sehr creamy aus. Hat auch eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Also das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Und den werde ich jetzt mal einfach mal damit durchgehen mit meinem Pinsel. Und dann schaue ich mal, inwieweit ich das auf mein Lid bekomme. Also es kommt auf jeden Fall was rauf, aber wirklich sehr, sehr soft. Da bräuchte man vielleicht doch eher einen Glitter-Glue. Da kann ich euch den von NYX auf jeden Fall empfehlen. Oder man nimmt den Finger. Also für was Dezentes, Zartes. Sieht das wirklich schön aus. Es hat wirklich nur so einen ganz leichten Glitzer-Effekt. So einen ganz leichten, goldigen Schimmer. Ist toll für den Alltag. Ich werde jetzt mal auf der anderen Seite meinen Finger nehmen. Und der kommt auch auf jeden Fall schon ordentlich Produkt ab. Und das werde ich mir jetzt mal hier auftragen. Und dann gucken wir uns doch gleich einfach mal den Unterschied an. Ob es da einen großen gibt. Doch, ich würde sagen, den sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Und ich finde beides sehr schön. Das rechte, von euch aus das linke wahrscheinlich, mit dem Pinsel finde ich sehr, sehr schön für den Alltag. Und die Seite mit dem Finger ist wirklich sehr schön als ein etwas kräftigeres Augen-Make-up. Also, wie gesagt, beide Seiten finde ich sehr schön. Ich gehe jetzt auf der anderen Seite nochmal mit dem Finger nach, damit das Ganze auch ausgeglichen aussieht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Ob ihr auch eher, ja, so mehr Team-Alltag seid und das Ganze eher softer, dezenter dann tragt oder ob ihr eher, ja, so Abendlook seid, ne? Und das doch lieber etwas kräftiger tragt. Auch gerne im Alltag. Also, ich bin gespannt. Ich bin da sehr interessiert. Also, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes Gelb-Gold. Also, das gefällt mir. Und ich werde jetzt nochmal einen etwas schmaler, gebundeneren Pinsel nehmen und werde dann in den dunkelsten Ton aus der Palette gehen und werde mal so ein bisschen einfach nur mit der Spitze von dem Pinsel da entlang gehen und mir das Ganze dann hier außen einfach so ein bisschen verdunkeln. Auch gar nicht allzu viel. Das soll wirklich nur einen leichten Schatten erzeugen. Und einfach nur so ein bisschen am Wimpernkranz entlang gehen. So ein bisschen in das Gold und ja, das werde ich jetzt nochmal ein kleines bisschen verblenden. Dafür nehme ich mir nochmal einen etwas sauberen Pinsel. Obwohl, so viel. Ich habe Angst, dass ich mir das jetzt verblende. Wirklich nur ganz, ganz leicht und zart. Und doch, muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Eine sehr schön aufeinander abgestimmte Palette mit drei richtig tollen Farben. und das Ganze hier jetzt auch nochmal ein bisschen in das Gold am Wimpernkranz und ein bisschen nach oben und dann nochmal einen kleinen Ticken ausblenden. Nicht zu viel, damit das nicht zu doll verblendet wird. Und ja, ich würde sagen, das Augenmakeup schon fertig. Also man kann wirklich mit wenig was beschicken und wenn man dann halt eben doch eher so kräftige Farben hat, finde ich, kann man auch ganz gut, auch selbst im Alltag damit arbeiten. Also wirklich eine sehr, sehr schöne, kleine, handliche Palette. Und ja, kann man sich durchaus anschauen von Avon. Ja. So, ich habe allerdings von Avon hier noch etwas gehabt. Und zwar ist das ein Glimmerstick. Den kennen bestimmt auch einige von euch. Diese Glimmersticks, da habe ich schon so unfassbar viel gehört. Ich habe jetzt hier auch einen zu Hause. Und zwar ist das ein schwarz, also ein schwarzer Kajalstift. Aber der hat, wenn man ganz genau hinschaut, Glitzer mit drin. Also so Schimmereffekte. Also richtig toll sieht das aus. Und den werde ich mir jetzt einfach nochmal ganz zart hier an meinem Wimpernkranz auftragen. Ich bezweifle, dass man da diese Glitzereffekte sieht. Weil die sieht man auch schon auf dem Handrücken sehr, sehr schlecht. Aber der lässt sich schön als Wimpernkranzverdichtung auftragen, muss ich sagen. Und auch ganz einfach, ganz easy gehe ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen mit drüber. Ich finde es immer auf der anderen Seite einfacher. Die fällt mir immer echt schwer. Da muss ich immer ein bisschen dichter ran am Spiegel. Das geht nicht mit einem Spiegel in der Hand festhalten. Und malen. Und ja, so habe ich das einigermaßen gleich hinbekommen. So, aber wie gesagt, da sehe ich jetzt leider so keine Glitzerpartikel. Aber das Gold hatte hier so ein kleines bisschen Fallout gehabt. Aber nicht schlimm. Wirklich nur ein Hauch. Und ja. So würde ich das Ganze jetzt belassen. Und man könnte jetzt natürlich den Kajalstift auch noch ein bisschen aussoften, indem man nochmal so einen schmalen Pinsel nimmt. Und eventuell einfach nochmal so ein bisschen danach strichelt so ein bisschen. Dann ist der so ein bisschen ausgesoftet. Das ist aber echt so eine Geschmackssache. Ob man das machen möchte, muss man nicht. Und dann ist der Kajalstift auch nochmal so ein bisschen ausgesoftet und nicht ganz so stark, extrem. So, liebe Leute. Ich habe für die Wimpern so eine hammerkrasse neue Mascara. Und zwar habe ich die in PR zugeschickt bekommen. So ein wunderschönes PR-Paket von Purish hat mich das erreicht. Und zwar hat mir Sauda vor längerer Zeit schon diese neue Mascara rausgebracht. Femmulein. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Keine Ahnung. Aber ich finde erstmal dieses PR-Paket so unfassbar cool gestaltet. Also es öffnet sich wirklich ja wie so ein Buch. Es geht dann auch nochmal hier von der zweiten Seite auf. Ja. So. Und hier ist dann halt echt diese hammerkrasse Mascara drin. Liebe Leute, die habe ich mir schon einmal aufgetragen gehabt. Und ich war so verliebt. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja. So schaut das Packaging aus. Gefällt mir auch richtig gut. Sieht klasse aus. Und das Bürstchen ist auch voll mein Beuteschema. Vielleicht komme ich auch deswegen so gut mit ihr zurecht. Wir haben ein Gummibürstchen. Wir haben es geschwungen. Und man kann damit super bis an die Wimpern Wurzeln rankommen. Wirklich. Es ist auch ein bisschen halt so biegsam. Es ist jetzt nicht so starr. Und ich werde mir die jetzt einfach mal auftragen. Und dann werde ich euch mal das Ergebnis zeigen, wie die einmal aussieht und einmal ohne. Also Wahnsinn. und die lässt sich auch super leicht auftragen. Und dadurch, dass es halt so ein Gummibürstchen ist, damit komme ich immer sehr gut zurecht. Da kann man sich halt wirklich die Wimpern auch unfassbar gut trennen. Die hinterlässt eine super tolle Länge. Und wie gesagt, die Wimpern sind unfassbar gut getrennt. Und auch dazu noch ein krasses Volumen. Also die macht wirklich alles auf einmal und ich finde, das ist auch wirklich irgendwie so ein Vollslash-Effekt. Also die ist krass. Die ist richtig krass und da reicht mir auch dieser eine Auftrag. Also schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare, wie euch die Mascara gefällt. Ich war wirklich geschockt, als ich die das erste Mal aufgetragen habe. Wow! Ich habe gedacht, Wahnsinn! Richtig, richtig toll! Die sieht, selbst von Weitem sieht man das. Liebe Leute, Wahnsinn! Also die müsst ihr euch wirklich als nächstes mal anschauen, wenn ihr mal wieder eine Mascara benötigt. Die ist auch echt nicht teuer und das ist wirklich so Drogeriepreis. Von daher kann man da echt nicht viel falsch machen und die ist der Wahnsinn! die stempelt bei mir auch nicht ab. Das finde ich persönlich immer ganz ganz wichtig. Wenn ich eine Mascara habe, die abstempelt, die wandert bei mir sowieso gleich aus. Die kriegt von mir eine Chance und dann eventuell noch eine zweite und wenn sie dann weiter abstempelt, kommt die direkt weg. Dann mache ich raus, Hammer und die ist echt man kommt wirklich super bis nach vorne an die Wurzeln ran und kann damit so einen tollen Schwung kreieren. Ich bin so happy mit dieser Mascara, die ist wirklich der Wahnsinn! Die ist einfach nur schön! Ja, wie gesagt, schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin eher Team obere Wimperntuschen, weniger meine unteren, aber ich gebe meinen unteren Wimpern heute mal so einen ganz kleinen Hauch Farbe mit, aber wirklich nur mit der Spitze der Mascara, damit das doch dann eher dezent aussieht. So, für die Augenbrauen habe ich jetzt nur noch mal meinen Augenbrauenstift von L'Oreal Paris verwendet, den ich eigentlich meistens nehme, das ist hier der Brow Artist Designer, falls es jemanden interessiert, in der Farbe Dark Brunette. bin bin ich wirklich nur einen kleinen Mini Hauch einmal meiner Kontur entlang gegangen, habe mir noch ein kleines bisschen Blush auf die Wange aufgegeben, weil da hat mir noch so ein kleines bisschen Farbe gefehlt und zwar habe ich da von Nabla hier einen von den Close Up Blushes verwendet in der Farbe Lucky Rose der sieht einmal so aus und da bin ich wirklich nur einfach mal so ein bisschen ganz dezent hier so reingegangen und habe mir den dann halt eben so in diesem Bereich aufgetragen und ich Move Rose so und die Reste vom Pinsel da gehe ich dann einfach nochmal so über die Mitte des Gesichtes und ja am Ende fehlen jetzt nur noch die Lippen und da habe ich einen neuen Lip Liner und den muss ich euch unbedingt zeigen weil das ist wirklich die perfekte Nut Farbe die glaube ich jedem steht der ist unfassbar toll und super weich das ist ebenfalls von Melt Cosmetics da fiel es mir wirklich schwer welche Farbe ich denn nehme ich hätte mir am liebsten alle bestellt aber ich habe mich dann für die Farbe Cinnamon entschieden das ist der glaube ich ne cinnamon habe ich hier und der schaut einmal so aus ich habe den zuerst gesehen habe ich gedacht ach ja das ist so ein ganz normaler brauner Lip Liner kann man machen und dann habe ich mir den aufgetragen und habe gedacht du bist eine wunderschöne Farbe du bist mein neuer Lieblings Lip Liner was habe ich die ganzen Jahre ohne dich gemacht wahnsinn wirklich wunderschön ich werde mir jetzt mal auftragen und dann werdet ihr das Ergebnis sehen so schaut der aus und jetzt sagt mir doch mal bitte wie findet ihr die Farbe ich finde die ist so schön und der lässt natürlich die komplette Lippe ausmalen ich finde das ist ein toller nudiger hellbrauner Farbton allerdings werde ich mir jetzt in die Mitte gleich noch einen Liquid Lipstick geben ich werde hier so ein bisschen das ganze nach außen hin noch dunkeln tragen das so ein bisschen ja so einen leichten Übergang bekommt in die Mitte ein bisschen heller und da habe ich ebenfalls von Avon einen Power Stay 16 Stunden Liquid Lipstick und zwar ist das die Farbe Barely Baked Barely Barely Baked würde ich sagen kann ich schlecht erkennen der duftet sehr sehr süßlich und ich habe den auch noch nicht getestet aber schaut mal bitte den habe ich mir gut rausgesucht ne passt gut glaube ich zum Lip Liner ja gucken wir uns das ganze doch mal an das würde ich jetzt noch ein bisschen verwischen also der ist doch schon relativ hell aber dass der doch gut zum Lip Liner passt ist schon richtig geht da nochmal so bisschen nach und das muss man halt mögen dieses helle in der Mitte und den etwas dunkleren Lip Liner aber ich finde die Kombi passt zueinander ob sie jetzt so zu mir passt sei fraglich dahingestellt ich bin eher nicht der Typ helle Liquid Lipsticks sondern wenn dann eher einen hellen Gloss ich lasse ihn mal ganz kurz antrocknen und dann werde ich mir gleich nochmal ein bisschen Gloss in die Mitte geben und ich glaube dann wird das Ganze so ein bisschen mehr aufgelockert aber trotzdem für den langen Abend könnte man das durchaus so lassen denke ich vom Farbton her und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben wie euch die Lippen Kombi gefällt ich finde schon sie passt aber sie steht mir nicht so gut aber den Lip Liner trage ich auch sonst immer mit einem Lip Gloss und da gefällt es mir dann deutlich besser deswegen gebe ich mir jetzt einfach nochmal Gloss in die Mitte auf der ist auf jeden Fall schon fest angetrocknet also das ging wirklich schnell und ihr seht das auch hier auf dem Handrücken wisch 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 der Lip Liner ist ab aber der Liquid Lipstick hält so okay dann nehmen wir jetzt einfach ein bisschen was farbiges egal den gebe ich mir wirklich nur als ein kleinen Kleckschen in die Mitte damit das so einen kleinen anderen Touch bekommt und das gefällt mir dann auch schon gleich wieder ein bisschen besser muss ich sagen ich bin halt nicht der Typ heller Liquid Lipstick so dieses helle Lippenstift das steht mir einfach nicht da muss man dann halt auch so ehrlich sein und dazu stehen so okay ihr Lieben das ist mein fertiger Makeup Look mit neuen Makeup Produkten aus meiner Sammlung ich hoffe sehr das Video hat euch gefallen schreibt mir unbedingt in die Kommentare welche Produkte euch am meisten gecatcht haben also ich muss ganz ehrlich sagen die Foundation ist wirklich richtig richtig schön die sitzt super frisch auf der Haut sie hinterlässt kein mattes Ergebnis muss man ganz klar wissen also die sieht wirklich fresh aus das was hier drauf steht finde ich verspricht sie auch sie hat einen tollen Glow ihr seht dass ich habe kein Highlighter verwendet gar nichts ich habe einen matten bronzer benutzt und auch einen blush also trotzdem scheint sie schön durch den bronzer muss ich auch sagen wunderschöner Farbton habe ich mir gute ausgesucht passt super und dann hatten wir die Lidschanpalette da ist sie auch hier muss ich sagen kann man sich einen schönen alltagslook zaubern aber auch gut fürs Abendmakeup wenn es ein bisschen kräftiger sein soll absolut gecatcht für mich wirklich die mascara ich habe sie hier schon wieder eingepackt so ja wirklich ein hammer hammer tolles teil wirklich klasse produkt benutze ich super gerne weiter ich finde die hinterlässt ein so so schönes ergebnis und der lip liner ist sowieso voll meins bin ich total verliebt drin den habe ich wie gesagt ja auch schon getestet gehabt und der liegt auch schon bei mir im badezimmer also den benutze ich schon relativ fleißig und der liquid lipstick ist jetzt nicht so mein farbton so ja muss ich halt so ehrlich sein mal gucken ja ansonsten ach genau der eyeliner kajalstift der schwarze ja kann man machen man sieht jetzt nicht so unbedingt die glitzerpartikel vielleicht wenn man den am unteren wimpernkranz aufträgt vielleicht könnte man das da eventuell ein bisschen mehr sehen ansonsten würde ich sagen es ist einfach ein ganz stinknormaler schwarzer kajalstift aber egal weil den benutze ich sowieso jeden tag von daher ist der halt echt willkommen in meiner sammlung und ja ihr Lieben das war's mit meinem video zu meinen ganzen neuen make-up produkten ich hoffe sehr das video hat euch gefallen ich würde mich natürlich sehr darüber freuen wenn ihr mir am ende einen Daumen nach oben da lasst und falls du meinen Kanal an dieser Stelle noch nicht abonniert haben solltest und dir dann wirst du halt eben einmal erinnert wenn ein neues video online ist und ja dann würde ich sagen verabschiede ich mich bei euch ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag passt gut auf euch auf und dann bis zum nächsten mal ciao